Ich mach 23, haben wir schön durcheinander gebracht. Und zurück. Und zurück. Schnapp, schnapp, schnapp. Also, ich bin hier oben. Willkommen zu Leipzig der Lottozahlen. Nur auf lotto.de Liebe Tipperinnen und Tipper, es ist Samstag, der 7. Januar 2023. Ja, ich brauch auch noch ein bisschen, bis ich mich auf die neue Jahreszahl richtig eingestellt habe. Aber hier ist alles kontrolliert und einsatzbereit. Ich drücke die Daumen und sage, it's you five. So, 22, nicht 23 Millionen Euro. Und am heutigen Samstag im Jackpot hier. Und der Kuh, der sich also ganz ansprachend ist, sehr schön. Ab heute, also 4 Millionen Euro draufgepackt. So haben wir einen wunderschönen, tollen Jackpot heute. Und der Nummer 1 ist die 10. Gute Vorsitzende fürs neue Jahr, können wir erwarten, wo wir ja ganz schön steigern auf uns brauchen. Mehr Sport, gesünder ernähren oder einfach mal Nein sagen. Die Nummer 2 ist die 18. Passend dazu, dass Leute dann ja auch offizielle, ich lass mir das nicht mehr produzieren. Und wer hat auch unten die OSR. Da können wir uns sehr gerne eine Scheibe abschneiden und den Tag übernehmen. Die Nummer 3 ist die 26, ja. Und zu einem hohen Stiftgewinn, wie wir zum Beispiel heute im Jackpot sehen, muss man ganz schön schnell lernen, Nein zu sagen. Sonst ist nämlich der Jackpot auf der hohen Kante ganz schön schnell wieder weg. Die Nummer 4 ist die 40. Okay, in Gewinnklasse 2 sieht es auch richtig gut aus. 2 Millionen Euro bei einem einfachen Sächsten im Lockdown. Und dann, wenn wir heute Kugel Nummer 5 ist die 11. Nicht unerwähnt, wollen wir heute das Kugel hier machen. Und wir haben heute ein wunderschöner Kugel hier. Kugel Nummer 6 ist die 20. So, hier liegen sie, mit ganzer Prakt, unsere sechs richtigen von heute, schon mal 2 Millionen Euro wert. Und wer natürlich hier einen großen Jackpot will, der braucht unsere Superzahl. Und die ziehen wir jetzt, ich drücke nochmal die Daumen und sage, zieh uns rein. Ich darf kurz zusammenfassen, unsere Möglichkeiten. Heute am 17. Januar 28. 22 Millionen in Gewinnklasse 1, 2 Millionen in Gewinnklasse 2 und nochmal 1 Millionen Euro beim Spiel 77. Unsere Superzahl, heute ist die 2. Dann schauen wir uns unsere eben bezogenen Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Zum Mitschreiben hier sind die Lottozahlen 6, 9, 4, 6, 10, 11, 18, 20, 26, 40 und die Superzahl ist die 2. Hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 2, 4, 6, 4, 0, 0. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77, heute eine Million Euro wert. 5, 1, 5, 2, 3, 5, 2. Super schön, dass Sie hier live mit dabei sind. Alle Zahlen und Quoten am Montag natürlich auf Lotto.de Ihnen jetzt ein schönes erstes Wochenende im neuen Jahr. Und denken Sie dran, mich nicht immer alles bieten lassen. Bleiben Sie gesund. Tschüss und auf Wiedersehen. Gut, 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 gut.